Moin Leute, in dem heutigen Video schauen wir uns einmal die Emulation von Playstation Vita Spielen an. Wir werden dabei auf kompatible Spiele eingehen, auf die Firmware, wie man diese installiert, wo man sie herbekommt sogar tatsächlich, da die auf offiziellem Wege verfügbar ist. Und dann werde ich euch am Ende auch noch einmal zeigen, wie die Spielerfahrung bei einigen Spielen ist. In diesem Sinne, viel Spaß! Wir beginnen das Tutorial wie immer mit dem Download von Emudec. Das findet ihr auf der Website von Emudec. Ihr müsst es einmal im Desktop-Modus starten und dann für SteamOS downloaden. Und der Emulator, den ihr hier installieren müsst, heißt Vita 3K. Bei der Installation müsst ihr also besonders darauf achten, dass ihr diesen aktiviert. Eine ausführliche Anleitung zur Installation von Emudec habe ich bereits abgedreht. Daher werde ich hier nicht mehr weiter ins Detail darauf eingehen. Wenn ihr Interesse habt, den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. An und für sich ist die Installation aber relativ selbsterklärend. Emudec nimmt euch da wirklich sehr gut an die Hand. Aber wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, dann schaut euch auch meine Anleitung dazu an. Wenn ihr Emudec dann installiert habt und auch den Emulator, dann startet es einmal und geht hier bei Emudec auf Manage Emulators und dann sucht den Emulator für PS Vita raus. Das ist wie gesagt Vita 3K. Und hier steht auch schon, dass wir eine Filmware brauchen. Und wir brauchen neben der Filmware auch noch eine Filmware für die Fonds, also für die Schriftarten. Und dann gibt es auch nochmal hier einen Hinweis zu der Kompatibilitätsliste. Die zeige ich euch auch jetzt noch einmal, weil es sind noch nicht alle Spiele spielbar. Aus irgendeinem Grund, das dauert scheinbar noch ein bisschen, aber ich meine 55% der Spiele sind spielbar tatsächlich. So, wir sind jetzt auf der offiziellen Seite von dem Emulator Vita 3K und hier habt ihr eine Übersicht über alle spielbaren Spiele oder wo man zumindest ins Ingame kommt. Aber auch hier müsst ihr wieder differenzieren. Spielbar bedeutet in dem Fall nicht immer, dass es auch auf dem Steam Deck läuft, da die Performance bei einigen Spielen nicht unbedingt ausreichend sein muss. Das aber nur als kleiner Hinweis von mir. So, genug jetzt mit dem Exkurs. Öffnet jetzt einmal den Emulator Vita 3K, indem ihr einfach unten links klickt und es dann einfach rein tippt. Und das Gute ist, für die Firmware, das sind tatsächlich offizielle Seiten, bei denen ihr das downloaden könnt. Einmal die Firmware und dann noch einmal die Fonds. Die müsst ihr jetzt einfach hier downloaden, indem ihr auf die Seite von Sony geht. Da werdet ihr hier so einen Hinweis bekommen, aber erlaubt einfach den Download. Das ist die ganz normale Firmware von der PS Vita. Und dann müsst ihr auch noch einmal den Fonds downloaden. Das ist für die Schriftarten. Und das war es auch schon. Dann müssen wir die danach nur noch installieren und dann braucht ihr die Dateien tatsächlich auch gar nicht mehr. Wie wir das Ganze machen, das zeige ich euch jetzt. Als erstes geht ihr wieder zum Emulator. Ihr könnt da den Haken rausnehmen, damit das nicht immer wieder angezeigt wird. Jetzt könnt ihr einen ganz normalen User erstellen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt das mit einer Maus und Tastatur machen. Und da könnt ihr euch auch austoben. Da gibt es keine Vorgaben, damit es überhaupt funktionieren muss. Und dann könnt ihr auch noch den automatischen Login machen. Dann seht ihr hier so ein Update Fenster. Das könnt ihr überspringen, müsst ihr nicht. Das ist euch überlassen. Wenn ihr das Update dann gemacht habt, dann sieht das Ganze so aus. Mit einem Linksklick könnt ihr das Ganze dann wegmachen. Dann kommt ihr auf die normale UI von der Playstation Vita. Aber ihr seht, das sieht noch nicht so aus, wie es sein soll. Das liegt einfach daran, dass die Firmware noch nicht installiert ist. Um die Firmware zu installieren, drückt ihr oben links einmal auf File und dann Install Firmware. Und da ist es tatsächlich egal, in welcher Reihenfolge ihr das macht. Ihr könnt als erstes die Fonds installieren und dann die Firmware oder umgekehrt. Das ist vollkommen egal. Es macht nichts aus. Wenn ihr die Firmware als erstes installiert, dann bekommt ihr hier so einen Hinweis, dass die Schriftdaten nicht wirklich angezeigt werden können. Das ändert ihr dann natürlich, indem ihr jetzt die Schriftdaten installiert. Und dann sieht das Ganze auch ansehnlich aus. Und so wie auf der Playstation Vita. Die Ursprungsdateien könnt ihr dann wie gehabt löschen. Die braucht ihr nicht mehr. Weitere Einstellungen am Emulator selbst, wie zum Beispiel die Seitenverhältnisse oder die Hochskalierung, müsst ihr nicht machen. Das hat Emudec alles eingestellt. So, jetzt schauen wir uns einmal an, wo die ROMs reinkommen, beziehungsweise kommen sollten. Da geht ihr einmal in den Pfad, wo ihr Emudec installiert habt. Dann wählt ihr die neuen Emulation und dann ROMs aus. Und dann PS Vita. Und hier könnt ihr die Spiele reinpacken. Die sind jetzt im ZIP-Format. Und ihr seht, ihr habt noch einen weiteren Unterordner, Installed Games. Da werden die Spiele dann später tatsächlich rein installiert. Deswegen, ihr könnt die Dateien auch eigentlich woanders lassen. Ihr müsst sie nicht unbedingt in diesen Ordner reintun, weil wir die Spiele ja noch über den Emulator selbst hinein installieren. Es könnte sein, dass ihr eure Spiele in dem Format 7Z bekommt. Ihr müsst sie aber tatsächlich in ein ZIP-Format umwandeln. Das zeige ich euch aber später, wie das geht. Jetzt drückt ihr erst einmal auf File, dann install.zip und .vpk. Das ist quasi egal. Ihr könnt beide Formate nutzen. Dann wählt ihr einmal den Dateifad aus, wo ihr die Spiele gespeichert habt. Deswegen sagte ich auch, es ist egal, wo ihr es speichert, weil es ja noch darauf installiert wird. Das heißt, es kann auch einfach im Downloads-Ordner sein. Dann wählt ihr das jeweilige Spiel aus. In dem Fall nehmen wir jetzt einmal Fruit Ninja. Und das war es auch schon. Dann bekommt ihr diese Nachricht bei der Installation. Ihr könnt das Spiel sogar löschen. Ihr braucht die Installationsdatei nicht. Und dann bekommt ihr hier auch ein Bild in euren Emulator. Was die Formate angeht, müsst ihr tatsächlich schauen, was ihr da so macht. Das ist euch überlassen. Ihr könnt aber auch, so wie jetzt hier, einen ganzen Pfad als Quelle nutzen. Das heißt, alle Spiele in diesem Ordner werden dann installiert. Ihr habt es ja bei mir gesehen. Ich hatte da mehrere Spiele als Installationsdateien hinterlegt. Und wenn ihr dann File Directory nutzt, also das da drunter, dann könnt ihr diesen Ordner hier jetzt aussehen. Und dann werden alle Spiele installiert. Es sei aber angemerkt, es gibt auch ein paar Spiele, die etwas größer sind, so bis drei Gigabyte waren es, glaube ich. Und das kann dann gut und gerne mal bei acht Spielen eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde dauern. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie ihr das Format umändern könnt. Ihr habt jetzt hier eine Datei, die im 7Z-Format ist. Die entpackt ihr einmal mit dem entsprechenden Archiv. Also es muss der Ordner Fruit Ninja entstehen. Und dann könnt ihr es mit einem Rechtsklick in eine ZIP-Datei umwandeln. Hier darüber oder über Winra selbst geht das natürlich auch. Das zeige ich euch jetzt auch noch einmal. Ihr macht einfach nochmal einen Rechtsklick. Dann geht ihr auf den Tab von Winra und dann öffnet ihr hier einmal das Programm und wählt als Archivformat ZIP aus. Und dann habt ihr es auch entsprechend in dem ZIP-Format. Wenn ihr jetzt einen Ordner als Dateifahrt angegeben habt und die Installation fertig ist, dann sieht das Ganze so aus. Und wie gesagt, ihr könnt die Ursprungsdateien löschen. Die braucht ihr nicht zum Zocken. Keine Ahnung, ob ihr sie archivieren wollt oder nicht. Aber vom Steam Deck müsst ihr sie nicht behalten. Also es ist nicht erforderlich. Und wenn ihr dann alles installiert habt, dann bekommt ihr für jedes Spiel dann einen entsprechenden Button. Jetzt zeige ich euch noch einmal, wie ihr die Spiele in eure Steam-Bibliothek bekommt. Öffnet dazu Amiodeck. Dann geht auf den Steam-ROM-Manager. Dann sucht ihr hier in der Liste Sony Playstation Vita Installed PKG heraus. Dann drückt ihr ganz normal auf Preview, Pass und dann Save to Steam. Und dann werden die Spiele auch in eurer Steam-Bibliothek gespeichert und ihr seht sie im Gaming-Mode. So, und das war es auch schon. Wenn ihr jetzt im Gaming-Mode auf eure Bibliothek und dann auf Kollektionen geht, dann müsstet ihr hier einen Reiter Playstation Vita haben, in der alle Spiele angezeigt werden. Und dann könnt ihr direkt loszocken. Mehr müsst ihr nicht machen. Was die Gaming-Erfahrung angeht, kann ich nur sagen, dass viele Spiele tatsächlich sehr gut laufen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Guacamele mit 90 FPS. Das läuft fantastisch. Aber was ich euch empfehlen würde, da bei jedem Spielstart Shader geladen werden. Ihr seht es jetzt auch schon unten links die ganze Zeit. Beim ersten Spielstart kann es sein, dass ein Spiel nicht startet oder schlecht startet und ruckelt. Das war zum Beispiel bei Persona der Fall. Da hat das Spiel überhaupt nicht funktioniert. Es hat wirklich geruckelt. Ich hatte 1, 2, 3 FPS. Dann habe ich es einmal rebooted nach einer Weile und dann lief das Spiel tatsächlich auch. Hier seht ihr es auch schon einmal im Hintergrund. Jetzt läuft es gerade mit 90 FPS. Nicht konstant, aber es läuft. Aber wie gesagt, es gibt ja eine Kompatibilitätsliste. Aber auch hier, ihr dürft da nicht auf alles vertrauen. Das, was spielbar ist, muss nicht unbedingt spielbar auf dem Steam Deck sein. Aber probieren geht über Studieren. Dann gibt es noch ganz exotische Sachen, wie hier zum Beispiel Ratchet & Clank. Das bootet zum Beispiel so. Das ist jetzt die Trilogie. Und ihr seht gleich das Auswahlmenü. Aber auch das ist so ein bisschen verpixelt. Aber hier habe ich es geschafft, mich dann irgendwie durchzuklicken. Und das eigentliche Spiel lief dann ohne Probleme. Also ihr seht, ihr müsst tatsächlich ein bisschen experimentieren. Aber wenn ihr es dann einmal gemacht habt, dann kann es funktionieren. Und ich gehe auch davon aus, dass wirklich ein Großteil der Spiele hier tatsächlich laufen wird. So Leute, und damit sind wir auch am Ende von diesem Video angekommen. Die Playstation Vita war, meine ich, eine nicht so extrem erfolgreiche Konsole. Trotzdem gab es auf dieser Konsole das ein oder andere wirklich interessante Spiel. Also ich hatte da wirklich so einige Perlen, die ich darauf wirklich genossen habe. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Spiele ihr da wirklich gerne gezockt habt. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.